Oh, Vogelnest, hallo. Hallo Vogelnest, hallo. Und Jukka, Jukka, hier ist Wüste. Ach, großartig, nicht mal das, äh, auch noch das. Wüste ist doch grandios. Grandios, absolut. Solange da keine Skorpione rennen, rumrennen, 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 rennen rum. Du hast aber auch vor allem Angst, was hier heißt, oder? Alles, was mir als zwei Beine hat, ist schlecht. Also hier im Spiel auf jeden Fall. Ich fand den Hirsch jetzt gar nicht so uncool. Okay, gut, der fällt draußen vor. Hase auch. Hase ist Mist, Hase ist zu schnell. Nee, irgendwas, was, was scheitelt. Wollte grad sagen, alles was schneller ist wie wir. Aber nee, ein Hase ist ja auch schnell. Mann, was sind wir langsam. Gottes Willow. Ja, besonders, weil ich so hoffnungslos überladen bin. Naja, gut. Wir müssen gleich erstmal ein bisschen bauen für heute Nacht und dann was zusammenwerfen. Würde ich auch sagen, weil wir wollen ja eher in die Stadt ziehen, ne? Wir sind mehr so Stadtmenschen, ne? Also hier Dörfli und so, nee. Die Stadt seh ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Da ist ein Küter. Da ist ein Küter. Komm nicht zu mir. Komm mal zu mir. Dann siehst du den. Der ist genau zwischen uns. Drecksküch. Ich hab gewusst, der Küter ist da. Ich wusste es. Ich mag die Viecher nicht. Ach, dein armer Lucky. Hier, ich hab ne Dose für dich. Willst du die haben? Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Wäre cool, wenn du in die Dose Wasser reinmachen würdest. Falls du welches findest. Der Drecksküchter ist noch da. Mist, wie komm ich an dem vorbei? Da ist auch ein Zombie. Lass mich mal. Lauf mal. Die Zeit ist mir schon wieder 19 Uhr. Hast du nicht gesehen? Und ich bin nicht so schnell. Der Küter frisst mich auf. Dann, ähm. Kinn, knien. Zielen. Kopfschuss. Beten. Ich lauf lieber. Lauf, Mensch. Lauf. Beine in die Hand und lauf. Oh, hier ist ein Vogel. Nein, lauf. Lass uns nicht ablenken. Wo ist der Eingang von dieser Scheißhütte? Ach, Mist. Ah! Du hast einen Geier mitgebracht. Wer hab ich? Hütte ist. Ja, ich muss rein. Alter. Ich kann nicht laufen. Ich bin sowas von voll. Das war ein federnfrei Haus. Das ist schon mal günstig. Aber wie gesagt, hier draußen rennt irgendwo dieser blöde Hund rum. Der ist draußen vor der Tür. Direkt vor der Tür bei uns? Ja. Ich hab doch gesagt. Das ist aber uncool. Vorne vor dem Haus. Du kannst also in die Hütte das doch rein. Apropos. Hütte. Lass uns mal hier draußen. Die Türen sind ja sozusagen verriegelt. Ich baue mal kurz die Tür. Ich bin sicher die Tür. Fertige mal. Ich hab ja Massenabtür. Ja, oder einfach die Treppe abwissen. Hm? Treppe abreißen. Stimmt, das hätte man auch machen können. Aber lass mich dann erst hoch. Gleich. Ja, ja. Ich will nur noch eben den Stein fertig machen. Ich hab da erstmal die Tür reingemacht. Sieh, sieh. Man weiß ja nie. Oh Gott. So, das haben wir jetzt 20 Uhr durch. Okay. Ich mach mal hier so ein bisschen was weg. Wuff, wuff. Lass es hier schmecken. Nee, heute gibt's kein Zowa. Heute nicht. Nee, nee. Oh, ist er sie gefunden. Ja, da lacht direkt vor meinen Füßen ne, ähm... Wie heißt das Ding? Radkappe. Ne Radkappe? Ja, und manchmal machen die ja Peng, wenn man drauf tritt. Ah. Oh. Der ist hungrig. Hallo. Der Typ ist hungrig. Gehen wir zu Hause? Mhm. Oh Gott, die Ausdauer, ne? Wenn die nicht wär. Ja. Komm, mach mal. Mach mal weg. So. Hopp. Da oben ist was. Alter Müll. Vielleicht ist ja ja ein Topf drin. Oh nee. Alles umsonst. Na gut. Warte mal, wir können die Sachen doch hier in diese Kisten reinpacken. Deswegen sitzt sie ja noch da. Doch, da ist so viel Platz drin. So. Ich pack da mal alles rein. Du bist schon oben, ne? Mhm. Oh, jetzt bin ich wieder unten. Oh. Flasche Wasser. Oh, hast du nicht gesehen. Ich muss was essen. Oh Mensch, das war doch das. Genau. Ich muss irgendwas essen. Dummdi-dum-dum-dum. Risiko? Na gut. Risiko. Mir ist schlecht. Oh, hier ist noch ein Koffer hinter. Hat keiner gesehen. Ist leer. Super. Hä? Wieso? Da oben ist was drauf. Oh, hier liegt noch ein Pfeil. Und da hängt auch noch einer. Hm. Nehme ich dir doch gerne mit. So, hier oben ist nichts mehr. So, ich hab mein Kram erstmal hier reingeschmissen. Ich weiß gar nicht. Wie viele Federn hab ich da? Ach, wo da Federn hab ich gar keine mehr. Boah. Keine einzigen nicht mehr. Keine einzigen nicht mehr? Ne. Wieso hab ich nur ein Glas Wasser? Das ist doch wieder... Ähm. Repair. Ach, warte, ich mach das einfach so. 16. Boah, das wird schon was. Wir fühlen uns denn gerade so ein bisschen, so ein bisschen neben der Spur, ne? Ilniss. In einer Minute. Äh, guck mal hier. Oh, ich guck mal. 22 Federn. Ach, vom Geier. Da siehst du es ja echt viele Hunde. Ich seh schon, Sonnenschein ist auf meiner Seite. Ja, du müsstest dir hier als, ähm, als Abo-Sound ne Gebell machen. Ich glaub auch, das muss ich ändern. Dann würd, dann würd, dann würd ich die ganze Zeit Abo, D-Abo, Abo, D-Abo, Abo, D-Abo. Wer man nen Bellt. Ja, ich glaub auch. Oh, Mist. Ach, Mist. So, also wie gesagt, wir können nichts machen. Ich mach mal hier ja einen Schlafsäckel, ne? Das wär doch eine Maßnahme. Ah, richtig. Schlafsäckel wär doch eine gute Sache, weil dann, wenn wir schon sterben, dann, äh, mit Absicht. Oh, hier oben was? Oh, nee, wollt ich lieber nicht abreißen. Wir haben Licht. Fragen mich nicht, wo der Strom für das Ding herkommt. Ist, glaub ich, so eine Nuklearzelle wieder, ne? Nukular. Eine Nukularzelle. Ja, ich hätte schon Gammelwasser, aber, ne? Ist nicht abzucken. Naja. Wenn tot, denn tot, ne? Kennst ja. Ja. Nö, ich, äh, weißt du, hast du dein Kramel reingeschmissen hier? Nee, noch nicht. Warte, was hab ich denn hier? Warte mal, ich muss nochmal, das muss raus, das muss raus, und das muss raus, das will ich noch umbauen. Crap, und das auch. Ach, nee, das sind ja nur Fasern, oh Gott. Na gut. Lieber so ein bisschen, ne? Solarzelle auf dem Dach. Ah. Jetzt kommt der Sache schon näher. Halt. Aber dann musst du ja auch, dann musst du ja auch eine Batterie haben, weil ich glaube, es ist dunkel. Wir können ja nicht mal. Jetzt geht keiner mehr raus. Passiert nicht. Aber ich mach hier mal ein Loch in die Wand. Ach, das ist ja nicht schlecht. Haben sie die Fenster einfach dicht genagelt, die hier saßen, sozusagen? Oh. Kaputt. Ständig kaputt. Ist das mit Absicht, oder was? Was denn? Na ja, mein. Ich seh nix. Äh. Na. Hallo? Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. 45%. Ich hab acht. Ich hab acht. Zwölf. Okay. Ich sollte mal reingehen. 14. 42. Drei. Wie? Neun. Neun. Acht. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Steinpfeile. 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 Dürft ihr noch ein paar herstellen, ne? In der Dingsbums. Ah, so. Ja. Kenn ich. Oh, das ist aber ein Bug, oder? Hm. Was? Es gibt keine Levelbeschränkungen mehr beim Craften. Levelbeschränkungen? Was ist passiert? Ah, du kannst jetzt die Fort schon ab Level 10 und Intelligenz 4. Okay. Das ist doch schon mal gut. Ne? Also, das ist doch schon mal, ja, ne? Finde ich auch. Auf Level 4 habe ich jetzt schon gecraftet. Das heißt. Wie auf Level 4 hast du schon gecraftet? Naja, also hier, ähm, geskillt. Ich wollte gerade sagen. So, dann habe ich jetzt erst mal eine Dreier-Schwein-Axt und ein Dreier-Bogen. Ein Dreier-Bogen hast du schon? Ey, super. Ich möchte mal, was ich rauskriege. Ich glaube, einer, ne? Und zwei, ja. Hm. Ja, du müsstest doch auch weiter hochskillen können, ne? Ja, ich habe überall, ich habe überall einen hochkrieg, hochkrieg, in jedem Einfach, habe ich einen reingepackt. Okay. Ist vielleicht nicht ganz so. Soll ich dir ja nochmal einmal so ein Dreier-Set basteln? Das wäre super nett von dir. Boah, ich weiß. Du bist ja Kumpel, ne? Bogen. Axt. Bandagen. Boah. Ist ja nicht zu fassend. Ey, du bist fast wie eine Mama zu dir. Ja, das kann ich dir sagen. Nicht doch. Kannst du mir auch einen Holzknüppel in drei machen? Ja, kann ich. Super. Dafür gibt es weniger Punkte. Weniger Punkte? Nicht doch. Holzknüppel. Siehst du? Ach, ist das herrlich. Das ist doch cool. Was gehe ich denn jetzt noch weiter? Wieviel habe ich denn noch? Ah, ja, habe ich noch. So, dann den standardmäßigen aufkochen. Und tragen. Leise, leise. Psst. So, wie gesagt, ich habe da auch noch nicht reingeguckt. Tragen, 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 tragen. Wo war das denn? Ach, das war da. Nee. Stärke. Stimmt. Stärke und den Packmuhle. Genau. Stimmt, aber da kann man nichts reinsetzen, weil ohne Punkte ist schlecht. Naja. Irgendwas ist immer, ne? Kuga ist immer lieb. Das wird noch richtig lustig. Tag 1 vor allen Dingen. Was machen wir jetzt? Erstmal dumm rumstehen. No, ja, gut. Können wir gut. Also das können wir. Und wenn wir nichts könnten, das können wir. Wir können ja mutig, wie wir sind, im Dunkeln, im zerstörten Gebiet in der Nacht rumrennen. Oh, das wäre eine Idee, ja. Stimmt. Ja. Das wäre eine Herausforderung. Du mal vor, ich hole dich gleich ein. Ja, weil ich da tot rumliege. Oder ich konnte, weil ich gleich wieder hier erscheinen werde, ja. Oh, du bist aber schnell wieder zu Hause. Ja, das war ein Expressgang. Ich habe die Hintertür benutzt. Ja, ja. So. Ach, mein Kaffee ist alles. Ach, was können wir denn jetzt noch kraften? Nix. Das ist ja das Problem. Nix. Eigentlich bräuchten wir ja auch Essen, ne? Also, es ist schon eklig, das arme Fleisch hier so verbrennen zu lassen, da drin, ne? Eigentlich schon. Ja, aber ohne Pott? Ohne Pott ist schlecht. Ah, wir finden schon was Neues zu erlegen. Ich bin mal gespannt, wann das übersetzt ist. Ich hoffe, das geht fix. 110. Warte mal, wie war es mit Hunger? Das war nochmal eine Maßnahme zu gucken. 78 Prozent. Ne, 75 Hunger. 78 ist Water. Ich glaube, Wassergläser habe ich ja auch eine ganze Reihe. Ganze 80 Stück. Sind gleich. Und das ist gut. Und nur noch Wasser finden. Und einen Topf. Und einen Topf. Aber wir sind schon weit rumgekommen, wie man sieht. Da ist gleich noch zweimal Fleisch für dich. Vielen Dank für dein Schia. Sonnenschein will, dass wir rausgehen. Machen wir in vier Stunden. Ne, dreieinhalb Stunden. Na, wir sind ja so mutig. Ich glaube, ich traue mich nicht, die Dose Chili reinzutun. Aber ja, auch schon. Ja, ich habe auch nichts zu saufen. Das ist das Problem. Nun ist es passiert. Ich habe dir mal noch ein Wasser in eine Kiste getan. War da noch ein Wasser? Jetzt ja. Ein Wort. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da ist noch Farbe. Zur Not ist die auch flüssig. 18 Mal Farbe. Wer hat da einen Sauftauchfarbe? Na ja. Na ja. Warum hast du das verrottete Fleisch mitgenommen? Äh. Zur Not. Ja. Wenn alles stirbt, dann fressen wir auch das. Also du machst ja daraus, oder du kannst daraus Dosenfutter machen. Vielen Dank für dein Follow, Schaddisko. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. An dem war's. Von Kanal kann man aber, glaube ich, leicht erkennen, dass das nicht von Dauer sein wird. Alter, Freund, die ballern hier schon wie die Verrückten. Mann, Mann, Mann. So, ähm, was tun wir jetzt? Wir können ja nicht... Zoma singen, Lied. Wir können ja eine Runde knüffeln. Kniffeln, wo du das sagst. Ja, genau. Was heißt das für knüffeln? Wo ist ein Spickzettel für morgen? Wie? Da. Knüffeln. So dünne. So dünne. Wer schreibt, der bleibt? Ah, stimmt. Da war doch irgendwas. Ah. Vor der Wind hat wieder Kohle gefunden. Also runen da irgendwo. Der versucht, die gerade wieder so ein bisschen durch die Gegend zu kriegen. Die bleiben nicht lange da. Der schummelt auch. Der cheatet, ne? Ja, wie kann man denn beim Roulette finden? Ja. Vielen Dank fürs Schia. Ihr legt das drauf an jetzt. Kann das sein? Was haben wir jetzt? Noch ein oder etwas. Hier ist nix los. Hier ist Todehose Amerika. Sozusagen. 23. Die können mich sehen. Könnt ihr mich sehen? Hallo. Könnt ihr mich sehen? Juhu. Vielleicht damit wedel sehen die mich? Wedel. 35%. Warum ist hier eigentlich die Tür offen? 35, 18. 35, 18. Oh. Äh. Ich hab nichts zu machen. Ich weiß gar nicht, wen die meint. Nee, ich bin gar nicht da. Die hört sich aber an, ne? Ja. Das Coole ist, wenn die das nochmal überarbeiten könnten mit dem Sound. Dass der Sound so ein bisschen aus der Richtung kommt, wo die sind. Und so auch mit der Lautstärke so ein bisschen, ne? Oh. Ist die hier oben? Nee, die klopft irgendwie an der Tür. Das ist ja das Problem. Man kann nicht wissen, man weiß nicht, wo sie gerade ist. Feiglegen. Also, wenn du mich suchst, ne? Ich bin hier oben. Setz mich im Wäschekorb. Geht nicht. Passt nicht rein. Die ist schon wieder weg. Hm. Könnte man den Ventilator mal machen? Ja. Häng dich mal dran. Ich guck auf Power. Okay, mal gucken, ob das geht. Ich hoffe, das Viech kommt hier nicht rein. Aber die sind ja sowas von klug, ne? Ja. Also, ich bin versteckt. Vier. Aber eigentlich sind, ähm, zwei Stufen weg. Da sollte nicht viel passieren. Ich hoffe mal. Könnt ihr einfach mal gucken gehen? Hallo? Geh mal gucken. Sieht nicht so aus, als ob schon jemand im Haus ist. Vielleicht gräbt die sich an einer Seite runter oder so. Also, wenn man wüsste, wo die ist, ne? Also, ich würde sagen, irgendwo hier Richtung... Hier. So, Richtung Südosten. Das ist ja gerade die Frage. Das ist ja das Dumme. Man kann es doch nicht orten. Also, wenn man das noch irgendwie hinkriegen könnte, dass man das ein bisschen orten könnte, wo die herkommen. Das wäre schon super. Wenn der Sound so aus der Richtung kommt, ne? Aber ich glaube, das kommt jetzt mit der Alpha 25 oder so. Also, in quasi... Ach, bis zwölf Jahren. Also, sie mag uns auf jeden Fall nicht. Ich höre es. Aber du bist doch safe, du hast doch einen Stahlhelm. Ja, stimmt. Also, da passiert ja schon mal nichts. Wie sieht es aus? Äh... Oh, warte mal. Ach ja, auch das Fleisch. Oh, cool. Habe ich dich eben drauf hingewiesen. Ja, stimmt. Hat es ja auch gesagt. Richtig, 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 richtig. Mein Fehler, mein Fehler. Und denk schön dran, den Bogen neu nachzuladen, ne? Da ist jetzt kein Fall drauf. Ne, habe ich schon gemacht. Ist schon alles erledigt. Sonst guckt man immer so doof. Er ist ein Zombie. Hups. Alter, die ist aber wirklich sauer, ne? Ja. Naja. Wir haben bestimmt... Weil wir nicht aufgeräumt haben. Bestimmt. Frauen sind so. Die gleich ist wahrscheinlich unten ein, so eine wette Wand weg. Du, du, du. Ne, ich habe das immer noch nicht gefixt. Ich kriege das nicht auf. Ich muss es mal auf den Zettel schreiben. Ich weiß nicht. Kriege nicht hin. Klappt nicht. So, sie geht wieder. Sie hat genug. Ich glaube, sie hat sich den Lack von den Fingernäkeln abgeschrammt. Das reicht schon. Jetzt geht sie. Neu lackieren. Man soll so schön weit weggehen. Steam. Läuft Steam bei dir nicht? Nur um Abschmieren und Scheiße bauen. Hm. So, 13, 3.50 Uhr. Jetzt haben wir echt den ganzen... Ne? Hier rumgestanden und... Trampeln, trampeln. Ja, wir waren halt mutig, ne? Ja, ja, eben. Deswegen können wir jetzt runtergehen. Wo ist sie denn? Weiß noch nicht. Oh, war da eben... So, jetzt bremsen sie. Echt, jetzt... Tür ist kaputt. Die muss irgendwo hier drin sein, die Tante. Hallo? Hallo, bist du hier drin? Hallo? Hier ist sie doch. Hallo. Aua. Aua. Sommer. Sommer. Auch Mist, ich kann sie gar nicht sehen. Ich hab kein Licht. Warte, warte. Von mir machen wir ja hier. Wir tanzen mal am Tisch. Warte, Licht, komm. Wo bist du denn? Ich bin in der Küche. Genau, komm mal hinterher. Hä, sind wir gerade im Haus an der vorbeigerand? Die war im Büro. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was sie da macht, aber... Wir tanzen gerade am Tisch. Oh. Hier ein Licht. Gut, warte mal. Jetzt erschlage ich sie ein Glas Wasser. Oh, Mist. Sie ist umgefallen. So, sie ist hinne. Die macht keinen Ärger mehr. Nur ein Pfeil. Ah. 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 Ja, dann mal auf zur Suche nach dem neuen Wohnraum. Steam hat einiges gelöscht. Oh, oh, oh. Die Sonne geht auf. Wo ist denn hier? Aua. Na, unter mir doch in den Nacken, der blöde Hund. Oh, der ist ziemlich schnell. Der rennt, das ist ein Feraler. Uiuiui. Zowa. Ja, ich lauf schon. Lauf doch nicht weg. Nee, lauf ich doch nicht. Nein. Hier sind mehrere Feralen. Na toll. Also mindestens zwei. Oh Gott. Ich verschanze mich mal in der Bude. Du musst jetzt mal einen Rucksack freischießen. Ach so. Ja, warte mal. Was machen wir anders? Was? Was? Bist du denn für einer? Hallo? Oh. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Ah, der kommt denn hier? Mist, die Idioten sind hier. Ich bin unbewaffnet, ne? Ja, ich bin unten. Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lauf, 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 lauf. Wo kam denn hier? Mensch. Ich bin gar nicht da. Ich verstecke mich. Der ist in der Meer. Ich fühle das. Ich fühle den Atem im Nacken. Das ist ja jetzt mein Rucksack da. Die Richtung. Hallo, Rucksack. Komm her. Da. Oh Gott. Zwei von der Sorte. Ich bin... Nein. Ich bin... ...gerad mal nicht da. Schlumpfine. Hallo. Schönen guten Abend. Herrlich. Schön, dass du reinguckst. Herrlich. Herrlich, dass ich tot bin. Nein. Ach Gott. Auf dem Bett. Sehr toll. So, ich bin wieder da. Oh. Oh. Hallo. Was denn? Tschüss. Äh, der Pferale, also nicht der Dicke, sondern der andere. Der hängt mir am Hintern. Ach, Mist. Oh, Briefkasten. Zwei Pferale. Okay. Warte mal. Ich mach mal kurz hier. Oh, der andere auch. Hoppala. Renn doch nicht so schnell. Ach, Mist. Der blöde Köter, äh, Hund, äh, Viech, Operateur hat mir da gerade was unter den Füßen weggekloppt. Nee, ist super. Wo ist meine Tasche? Da hinten. Oh. Oh. Oh, der eine ist hin, glaube ich. Nein, der steht nochmal auf. Ich renne gleich hier rückwärts in irgendeine Scheiß-Mine. Ich seh's. Und ich konnte neun Pfeile wieder aus dem rausziehen. Okay. Da sieht man mal, wie viel ich vorher in den reingedrückt habe. Ich kann dich nicht zu fassen. Oi, 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 oi. Wo ist er jetzt? Da ist er. Wo seid ihr? Im Haus noch? Ich bin draußen. Was kann denn so ein Typ ab? Das ist ja nicht normal. Jede Menge. Er ist hin. Er ist hin. Er ist nicht hin. Ich bin gleich hin. Jo. Und nicht den Zobafressen. Wo ich einen Messbecher finde. Bin Tag 30 und hab noch keinen gesehen. Was? Ist das so schwierig, einen Messbecher zu finden? Oh Gott. Mist, ich bin wieder, ne? Also hier, das läuft jetzt, ne? Ja, er ist hin. Super. Gottes Willen. Die Lichter. Ich komme.